Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann's kaum erwarten, sein Kopfrollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würzelträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Das darf doch alles nicht wahr sein, verfluchter Mistnachwein. Zu den Hauptringen gehen! Entschuldigen Sie! Renn Sie nieder! Nimm dein Bestbein Stahl! Nimm dein Bestbein Stahl! Hilf mir doch! Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wach-Ofizier begleitet. Es konnten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Du kannst nicht mehr lange vertreten. Keine Worte im Vorkommen. Keine Sorge, ich find dich schon. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Keine Sorge, ich werde dich schocken. Keine Sorge, ich finden. Was ist das? Was war wohl nur der Wind? Was war wohl 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 der Wind? Was war 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 der Wind?